Du und ich eine Windel für mich Es war ihr drittes Date, an dem Nina von dem Top-Manager Ulrich erfahren hatte, dass diese ein Diaper-Lover ist. Nun einige Wochen später möchte sie das viel umschwärmte Gefühl ebenfalls verspüren. Auf ihre Bitte hin hat er eine Windel für sie dabei, die kurze Hand zu einer aufregend lustvollen Ergänzung ihres Liebesspiels wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage